Musik Sie haben ja mal ein UFO gesehen. Allerdings. Und ich wollte Sie fragen, wenn Sie dessen Passagieren von einem anderen Planeten beschreiben würden, wer ist Nina Hagen? Was würden Sie dann sagen? Das ist total unwichtig in dem Zusammenhang. Weil ich bin nichts und niemand. Ich bin, was die Leute über mich sagen, das bin ich. Ansonsten bin ich das, was ich bin, was man nicht beschreiben kann, weil man kann, was kann man da schon groß beschreiben. Was soll ich denn groß beschreiben? Ich bin da zum Singen. Ich bin eine klasse Sängerin. Warum soll ich mich selbst darstellen oder erklären, wer ich bin und was ich bin? Aber dass ich ein UFO gesehen habe, ist ein sehr wichtiges, total ungewolltes, unhervorfabriziertes Erlebnis in meinem Leben. Und ich habe Ihnen da ein Buch mitgebracht, weil ich hoffte, dass wir mal ganz kurz auf das UFO-Thema schauen. Die Wächter. UFOs und Nahtoderfahrungen. Und das haben viele, viele Menschen. Und es wird immer so dargestellt, als ob das ein Phänomen ist, was so einzelne kleine verklickerte Verrückte oder so haben. Und das ist überhaupt nicht so. Und dass es nicht in den Nachrichten erwähnt wird, solche Sachen, oder in den Schulen gelehrt wird, ist noch lange kein Beweis dafür, dass es nicht wahnsinnig viele Menschen gibt, die dieses Erlebnis haben. Klar, es gibt auch nicht viele Beweise dafür, aber okay, sehr schön, vielen Dank. Vor kurzem haben Sie noch gesagt, ich bin eine Nonne, ich lebe im Zölibat. Ja, Nonne bin ich sowieso von vornherein, weil in meiner Religion Nonne zu sein, bedeutet nicht, dass ich nicht auch mit einem menschlichen Mann sexuell-spirituelle Liebe zusammen erlebe. Sondern das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben jetzt schon mit Gott zusammen bin, im Hier und im Jetzt und ständig Hochzeit feiere mit Gott. Gott ist Ihr erster Geliebter, haben Sie mal gesagt. Und das ist der zweite, das ist der neue, den Sie heiraten wollen. Das ist Rocco, der heißt Anders Alexander Rocco, Lukas Matthias Olsen Breinholm aus Dänemark und ist mein Freund. Und wir haben uns sogar verlobt, weil wir die Welt kennen, die Welt, die da immer so sagt, Nina Hagens Neuer, so schön rassistisch abgekürzt. Und da es sich um zwei Menschen handelt, die sich ganz doll lieben und viel Spaß zusammen haben, miteinander zu arbeiten. Wir machen ganz viele tolle Projekte zusammen. Wir singen Duette zusammen und werden auch im Theater in Kopenhagen was zusammen machen. Und Rocco war monatelang mit auf Tour im Sommer und hat gefilmt, wie verrückt, einen richtigen, wie sagt man, Reality-Road-Movie, wo wir den Leuten nicht nur irgendwie hier kurz mal zeigen, hey, wir sind ein Liebespaar, sondern wir werden ihnen auch zeigen, was wir so alles Tolles zusammen machen. 22 Jahre jünger, kein Problem. Ja, natürlich ist das kein Problem. Wenn ein Mann eine jüngere Frau hat, dann wird das überhaupt gar nicht erst angesprochen. Wenn eine Frau mit einem jüngeren Mann eine Verliebungs- oder Liebesgeschichte erlebt, dann ist es gleich irgendwie ein Tabuthema. Außerdem möchte ich dazu sagen, dass Joan Collins die Number One ist in der Beziehung. Ihr Mann ist nämlich 32 Jahre jünger als sie. Und wo sie 32 Jahre alt war, ist ihr Mann geboren. Und mein Mann ist geboren, wo ich 22 Jahre alt war. Das ist ein witziger Vergleich. Ja, und das sind alles Erdenjahre. Hier sehen Sie aus wie Joan Collins. Das war die letzte Hochzeit. Ich sehe immer aus wie Nina Hagen. Das ist David, David Lind. Mit dem war ich richtig verheiratet. Eigentlich, ja, so eine richtige, wie sagt man, so eine richtige Hochzeit. Mit Stempel und Amt und so. Und Kirche und so? Nee, da war ein Priester aus einer universellen Gemeinde da, der trauen durfte. Hier ist das noch nicht drauf. Das haben Sie irgendwann, glaube ich, in den 80er Jahren gemacht. Das ist Ihr Leben auf einem Cartoon. So far. Ja. Und in diesem Leben hat, glaube ich, Ihr Vater eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wenn Sie die Augen zumachen und an ihn denken, was sehen Sie da für ein Bild? Er ist ja ein paar Mal in meinem Traum gewesen, seitdem er gestorben ist, vor ungefähr zehn Jahren. Und daher weiß ich ganz viel, was jetzt die Sendung wahrscheinlich dann doch wieder sprengen würde. Auf jeden Fall geht es ihm super gut und er hat ein tolles, interessantes Leben gehabt und wird wahrscheinlich auch bald wieder ein Leben haben, falls wir den Planeten nicht kaputt kriegen. Er war Drehbuchautor und Journalist. Ja, der hat eine der ersten Nachkriegskomödien in den neuen, frischen, ungemauerten, unabgemauerten DDR geschrieben, nämlich Kabit und Sauerampfer. Das ist ein super toller Film, den ich mir tausendmal angeguckt habe mit Erwin Gershonik in der Hauptrolle und Marita Böhme in der weiblichen Hauptrolle. Super toller, komödiantischer Film über die Nachkriegszeit. Das war eine Künstlerfamilie. Mein Vater war unheimlich lustig, der hat also Witze gerissen und man sagt ja von Jim Carrey, dieser lustige Schauspieler aus Amerika, der hat Oma erzählt, dass sein Vater schuld daran ist, dass er so ein Komiker geworden ist. Ist das bei Ihnen auch so? Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass die komische Seite von meinem Vater hat. Gar nicht Ihre Mutter, das ist mehr die tragische Seite. Die berühmte Schauspielerin Eva-Maria Hagen. Nee, die tragische Seite würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde eher sagen, die musikalische Seite habe ich von meiner Mutter, weil meine Mutter stand im Krankensaal, im Kinderkrankenhaus. Ich bin mit drei Jahren die Treppe runtergefallen. Total fette Gehirnerschütterung und sie stand jeden Tag von früh bis spät in der Tür, sodass alle Kinder sie sehen durften. Sie durfte auch nicht rein, weil das war da Quarantäne und was wie gesagt. Und hat ein Lied nach dem anderen auf der Gitarre gesungen. Die Frau hatte damals schon ein weltweites Repertoire an Songs. Es war irgendwie eine Hassliebe zwischen Ihnen, als Sie Kind waren. Hass ist ja das Gegenteil von Liebe und Liebe. Nein, natürlich war ich als Kind schwer enttäuscht manchmal, beleidigt. Das geht jedem menschlichen Kind so, wenn es zurecht gewesen wird und so weiter und so fort. Aber das war doch nicht die ganze Zeit so. Das sieht jetzt so, wenn man das in einem Buch kurz mal anliest, da flog mal eine Backpfeife. Oder hier ist mal das passiert und ich war mal kurz in einem Kinderheim, weil Mutter gedreht hat und keiner von unseren Freunden Zeit hatte. Was weiß ich, jeder Moment in meinem Leben war verschiedenartig wichtig. Und es ist überhaupt nicht so, dass meine Mutter furchtbar gewesen war. Im Gegenteil, die war immer meine Zuflucht. Und wenn die Haushälterin gesagt hat, nein, Kniestrümpfe ist noch zu früh, ist noch zu kalt, bin ich zur Mutter gerannt und die hat es dann erlaubt. Ich meine, irgendeiner hat mir dann immer erlaubt. War sie genug da für Sie? Natürlich war sie genug da für mich. Hier sind Sie mit Ihrer Großmutter. Ja, die war nie genug da, weil die lebte in Hamburg. Und die kam dann immer nur zum Ostern oder Weihnachten. Und zu der habe ich ein bisschen gefremdelt, weil wenn die Großmutter immer nicht da ist und dann kommt sie mal zu alle paar Monate, so als kleines Kind, sieht man ja auf dem Foto auch ein bisschen. Ja, ja, klar. Wer ist diese Frau? Ja, ja, genau. Sie gucken ganz woanders hin auf dem Foto. Ja, weil ich kannte natürlich ihre Westpakete, die sie oft geschickt hat und dann durch Teenager war, hat sie dann auch die tollen grünen Lackschuhe geschickt und so diese Mischung aus Seife und Schokolade und Kaffee. Was da halt so drin war in diesen Paketen. Sie sind oft mit Ihrer Mutter zum Drehen, zum Theaterspielen gereist und sind eigentlich auch in Theater- und Filmkulissen aufgewachsen. Genau wie Ihre Tochter Cosma, die mit Ihnen mitgereist ist. War langweilig? Natürlich, die proben da stundenlang, tagelang, wochenlang und du sitzt da, aber was nicht alles so langweilig sein kann, war bestimmt total interessant, aber irgendwie bin ich ja von dem Filmbusiness abstinent geblieben. Aber Sie haben Filme gemacht. Ich habe ein paar Filme gemacht und ich werde bestimmt noch ganz viele Filme machen. Ja, hoffentlich. Wir wollen Sie sehen in Filmen. Konnen Sie sich damals in dem Alter schon vorstellen, irgendwie auch mal eine Rolle zu spielen? Dieses Foto ist ja nicht im Buch drin und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht zeigen, weil Kinderpussis werden im heutigen Zeitalter der pädophilen Schweine nicht gezeigt im Fernsehen. Okay, das bleibt weiß, kein Problem. Hula-Hoop habe ich gut gekonnt, wahnsinnig gut Rollerskates gefahren, habe einen ziemlich guten, you know, Heike Drechsler. Und dann habe ich gesagt, sportlichen Körper, durch diese Kindertätigkeit, ich war auch immer, obwohl ich dann auch immer so die dickste war im Ballett zum Beispiel, im Kinderballett war ich die dickste, weil irgendwie Mutter hat irgendwann mal gedacht, ich bin zu dick, war so üppig mäßig und dann hat sie die Küche zugeschlossen, worauf ich mich gehamstert habe. Und dann waren plötzlich so kleine Würmer in der Wohnung, im Korridor, im Wohnzimmer. Weil Sie irgendwas unter dem Bett hatten, was keiner wusste. Natürlich. Sachen unter dem Bett, versteckt zum Essen, nachts, wenn man Hunger hat und die Küche ist zugeschlossen. Das geht doch wohl nicht. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als Sie wie alt waren? Da waren Sie vier, ne? Ne, da war ich glaube ich zwischen zwei und drei oder so. Oder drei. Zwischen drei und vier. Das haben Sie davon mitbekommen. Das müssen wir nochmal die Eltern fragen. Was haben Sie davon mitbekommen? Das muss so dieses Alter gewesen sein, ne? Ja, ein bisschen jünger. Ich glaube eher, hier, die da auf dem Balkon. Wisst ihr, so am Anfang, die da auf dem Balkon. Nini, hier die. Ja, genau. Irgendwann habe ich mal mitgegangen. Also morgens, wenn ich aufgestanden bin, mein Zimmer war da in der Mitte und Papa schlief immer auf dem Wohnzimmercouch. Und ich bin morgens immer zu meinem Papa ins Bett gegangen und der hat jeden Morgen für mich da was stehen gehabt. Einen Sahnebonbon oder sogar eine Banane oder einen Zug aus Holz. Daran kann ich mich momentan erinnern. Und Mutter schlief immer lange, weil die musste ja immer arbeiten oder zu irgendwelchen Empfängen oder wichtigen Partys. Dafür hat sie auch immer ganz viel Kleingeld in der Manteltasche gehabt, was unheimlich gut kam. Das war aber erst später. Und das war die Frage. Ach so. Und dann irgendwie eines Morgens, ich kann mich nur erinnern, da gab es eine Backpfeife von Vater und die haben sich angeschrien. Und ich stand da auch geschrien und nicht, warum? Haut euch doch nicht. Und dann war der plötzlich weg. Hier sieht man, dass sie eigentlich ein großes Bedürfnis hatten nach Liebe und nach Zärtlichkeit. Das sieht man auf dem Foto. Ja, nicht auf dem Foto. Es ist eine kleine Schauspielerin, die zeigt, wie es ist, wenn man... Umarmt wird oder wie man sich selbst umarmt. Dieses rein Interpretieren in Fotos. Ja, aber wurden Sie in diese Kämpfe Ihrer Eltern einbezogen irgendwie? Nein, wie ich schon sagte, ich kann mich erinnern, dass es einmal diesen lauten Geschrei gegeben hat und eine Backpfeife von meinem Vater zu meiner Mutter flog. Und ich nur gesagt habe, haut euch nicht. Und ganz wild geweint habe und schlimm. Und dann war er halt weg. Und dann wurde mir halt erklärt, dass der Papa jetzt woanders wohnt. Und dann irgendwann wollte er mich besuchen. Ich kam aber irgendwie zwei Minuten zu spät. Dann war er schon auf dem Weg zur S-Bahn. Und ich habe immer geschrien, Papi! Aber der hat mich nicht gehört. Und ich mit den Rollschuhen hinterher. Und... Ne, gar nicht schrecklich. Ich bin dann erst dann mit der S-Bahn gefahren und ich war schon vor ihm, fast vor ihm. Oder ungefähr zur gleichen Zeit. Ist ja auch egal. Also Sie haben ihn eingeholt? In Plänterwald. Ja, ich habe ihn ganz oft gesehen. Ich bin fast jeden Tag nach der Schule mit den Rollschuhen zu ihm hin. Aber das war nicht nah, glaube ich. Das war ein ziemlich weiter Weg. Ja, aber mit der S-Bahn nach Plänterwald und so. Ich bin ja nicht jedes Mal die ganze Strecke mit Rollschuhen. Das habe ich manchmal gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, und dann war ich irgendwie eifersüchtig, weil ich dachte, wenn er eine Freundin hatte, die durfte dann erstmal nicht in seinem Bett schlafen. Und zum Beispiel die berühmte Schauspielerin, ja, Traudl Kulikowski, Hochzeitsnacht im Regen mit Frank Schöbel hat sie zum Beispiel gespielt. Und Traudl war gerade seine Freundin und durfte nicht mit ihm im Bett schlafen. Dann musste sie erst mit mir sich anfreunden. Und hat sie es geschafft? Ja, natürlich. Das ist auch die schwesternliche Sache, wie Frauen nicht aufeinander eifersüchtig sind, indem die Frauen wie Schwestern miteinander umgehen. Sie einigen sich, weil sie vernünftig sind. Natürlich, genau, so muss es zivilisiert ablaufen. Wann haben Sie Ihre Fantasie entdeckt? Och, schon ganz früh. Wann entdeckt der Mensch die Philosophie und die Sehnsucht nach Erkenntnis ist ja doch schon in dein Blauprint, in deine Blaupause mit eingegeben. Ja, nur die Blaupause muss halt irgendwann gedruckt werden. Wann war das bei Ihnen? Ach, ständig, jeden Tag, ist ja immer noch. Ja, klar. Jeder neue Tag. Aber das finde ich toll, weil das ist so ein ganz frühes Autogramm von Ihnen eigentlich. Ich glaube, da habe ich auch wieder eine Backpfeife gekriegt, weil ich da meinen Namen draufgeschrieben habe auf das schöne Foto. Meine Mutter saß an ihrem Schreibtisch und machte Autogrammstunden und unterschrieb Autogramme. Und ich habe Fotos von mir da liegen gehabt und habe das auch gemacht. Und da habe ich eine Backpfeife gekriegt, weil, Nini, du tollen Fotos, mach das nicht. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber damals habe ich mir schon gedacht, dir werde ich es zeigen. Und wo ich neun Jahre alt war, hat meine Mutter mal irgendwie gesagt, ihr gefiel meine Kopfstimme nicht. Und ich hatte gerade John Bice nachgemacht, weil das war eine Phase, wo ich im Radio viele Sachen auf Tonband aufgenommen habe. Und die ganzen Leute als Gesangslehrer benutzt habe für mich. Janis Joplin, James Brown, Tina Turner, alles. Der Beatles, das alles. Ich habe die Lautschrift mitgeschrieben, weil ich ja noch kein Englisch konnte. Und da habe ich dann mitgesungen. Damals schon, denn später haben Sie wirklich Lieder gesungen von denen, in Konzerten. Das hat Christina Aguilera aus den USA auch ihre ganze Kindheit lang gemacht. Bloß, die hat immer nur imitiert. Und ich finde, die imitiert heute immer noch. Es gibt viele Leute, die unheimlich gut singen können, aber die imitieren irgendwie schwarze Sängerinnen oder... Aber die meisten heute imitieren eigentlich. ...imitieren und imitieren und das ist total langweilig. Ja, finde ich auch. Ich finde, die meisten imitieren eigentlich heute. Ja, ich meine, man kann gegenseitig Lehrer sein und man muss dann aber doch den Mut haben, seine eigene Seele durchzusetzen und nicht immer nur versuchen, hier jetzt das obergeile Sexobjekt zu sein und die Plattenfirma packt viel Geld da rein und du musst dann alle befriedigen mit deinem merkwürdigen Imitationstalent. Und das klappt irgendwie nicht, weil das keine wahre Essenz dahinter steckt. Kein selbsterlebtes Leben, sondern irgendwie ganz komische Phänomene tauchen in dieser Populärkultur. Ja, aber Sie haben das immer sehr konsequent gemacht. War das immer einfach? Wie oft haben Sie Ihre Seele verkauft in diesem Gewerbe? Gar nicht. Gar nicht. Hab ich basically vielleicht, ne, jeder Tag ist super. Sie haben wirklich, glaube ich, immer das gemacht, worauf Sie Lust hatten. Ja, mehr oder weniger. Hat Sie es gestört, dass Sie eigentlich nie so den Superhit in den Charts hatten? Ich hatte, ich hatte Superhit in den Charts. Welchen zum Beispiel? Zum Beispiel, du hast den Farbfilm vergessen. Du hast den Farbfilm vergessen, den haben wir überhaupt nicht vergessen. Der ist nämlich hier, der Farbfilm. Heike Drexler kennt das auch noch auswendig. Hören wir jetzt wieder auf? Ja, einmal noch den Riff. Oh, jetzt kommt der zweite Teil der Heimstrufe. Oh, jetzt kommt der zweite Teil der Heimstrufe. Du darfst noch einmal, Micha, um dich gehen. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nur glaubt uns kein Mensch, wie schön ihr war. Sie sind ja Prophetin. Micha mal Micha hätte Gorbatschow schon sein können damals. Ja, und ich habe auch auf meiner ersten großen schamanischen Einweihungsreise auch ein Wesen getroffen, ein göttliches Wesen, wo ich glaubte, dass der Michi hieß, Micha. Das war wirklich ein Superhit damals in der DDR noch. Das war ein Welthit. Nummer eins und Welthit auch. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Aber wie dem auch sei, als bodenständiger Künstler oder als ein richtig guter Sänger oder ein richtig guter Schauspieler, du brauchst keine Hits oder keine Oscars haben. Du machst Kunst fürs Volk, durchs Volk. Das hat der Falko mal gesagt. Und ein richtig guter Sänger, ein richtig guter Künstler, dem ist das im Grunde genommen egal, ob er nur Ruhm und Ehre erfährt oder ob er einfach nur das macht, was die anderen, die Hits haben, gar nicht können. Nämlich die Leute zu unterhalten und den Leuten etwas zu öffnen und etwas zu geben, was mit dem Universum, was mit der Seele, was mit der Ewigkeit, mit dem Leben, mit dem Hier und dem Jetzt und überhaupt mit der Heilung und mit dem Regenbogen und mit Greenpeace und so weiter zu tun hat. Denn wenn man in ein Nina Hagen-Konzert kommt, dann ist es nicht nur die grandiose Stimme dieses Gottesgeschenk, das Frank Sinatra nicht hatte, das viele nicht haben. Tut mir ja leid, auf Wiedersehen. Aber so ist es nun mal. Und dass es vor allen Dingen nicht nur gesungen wird und getrellert wird und Kanäle geöffnet werden, sondern dass auch über unsere Situation auf der Erde gesprochen wird und philosophiert wird, auf total unlangweilige Art und Weise. Absolut. Genau das tun Sie, aber auch außerhalb der Konzerte, außerhalb der Musik. Ja, ich mache auch TV-Shows, kabarettistische Abende. Ich meine nicht nur das. Es gibt ein ganz anderes Leben in Ihrem Leben noch. Und das ist wirklich ein Leben für andere. Sie haben als Kind schon angefangen, sich um andere Menschen zu kümmern. Sie sind in Kinderheime gegangen. Ja, da bin ich nicht freiwillig hingegangen. Na gut, Sie waren im Kinderheim, aber Sie sind in Waisenhäuser gegangen, zu den Kindern, die einfach weniger hatten als Sie. Genau. Und wo Hillary Clinton dann endlich mal gesagt hat, für eine Erziehung eines Kindes ist ein ganzes Dorf, sollte zuständig sein, da habe ich gesagt, yes, endlich. Und vor zwei Wochen hat Madonna zum ersten Mal, Madonna, die amerikanische Madonna, zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Interview über Atomkraftwerke und die schreckliche Habsucht der Menschen, die Luxussucht der Menschen, den Egoismus der Menschen gesprochen und dass sie sich schämt, dass sie so lange nicht darüber gesprochen hat und dass sie gegen Atomkraftwerke ist und wohin mit dem ganzen Atommüll. Und tut sie auch was? Und sie spricht und sie tut und macht und yes, aufgrund. Sie haben noch ganz andere Dinge gemacht. Sie sind in Sterbehospize gegangen. Also Sterbehospize ist doppelt gemoppelt. Ich weiß, Hospiz. Die Hospizbewegung ist eine Bewegung, die eben Hospizesterbehäuser einrichtet für Menschen, damit die dort in Frieden sterben können und nicht in irgendwelchen Krankenhäusern. Ja, Krankenhäusern voll Drogen gestopft werden, damit sie dann irgendwann nicht mehr alleine atmen können. Und da engagieren Sie sich seit vielen Jahren. Ja, aber so ganz natürlich, ohne an die große Glocke zu hängen. Immer wenn ich da in der Ecke bin um Köln, dann gehe ich da hin zu Jo und Sibylla Brombach, die das leiten und ins Leben gerufen haben und habe dort die tollsten schamanischen Erfahrungen wiederum ohne Zugabe von den heiligen Pflanzen. Einfach nur durch heilige Menschen, die dem Tode nahe sind. Haben Sie da selbst? Denn je näher man dem Übergang kommt, desto heiliger wird der Mensch. Egal, ob er es jetzt weiß oder ob er es nicht weiß. Es ist eine ganz total heilige Angelegenheit, das Sterben und den Übergang. Und deswegen sollten wir wirklich aufhören, ignorant uns zu verhalten in diesem Leben. Wie kommt das, dass Sie über den Tod nachdenken und beobachten wollen? Ich denke gar nicht über den Tod nach. Wie man dem Tod näher kommt. Der Tod, der ist mit mir verheiratet und mit dir auch und mit uns allen. Und wir tun immer so, als ob der nichts mit dem Leben zu tun hat. Und dann, wenn jemand sich damit beschäftigt, dann wird der so hingestellt, als ob der irgendwie was Besonderes ist. Oder ein besonderer Philosoph. Dabei ist es das Natürlichste von der Welt, Leute. Du tut mal hier nicht so abgehoben. Und zum Beispiel, worum es geht. Es geht darum zu kämpfen, dass unser Leben lebenswert ist. Den Tod, den werden wir alle wunderbarerweise erleben und heilig hinüberschweben auf die andere Seite. Aber jetzt geht es hier darum, dass Menschen ein lebensunwürdiges Leben führen müssen, weil irgendwelche Chemiekonzerne da irgendwelche Chemie explodieren lassen. Und dann gibt es einen Chemieunfall. Glauben Sie noch an das Gute? Ja, selbstverständlich. Und deswegen frage ich dich hier ganz klipp und klar, Gero von Böhm, hast du Greenpeace Magazin schon abonniert? Oder soll ich stattfindlich gehen? Ich habe es abonniert. Hast du? Seit es das gibt. Darf ich dir die Hand schütteln? Ja, ich habe doch alles gesammelt. Ich habe mich immer geschüttelt. Absolut. Das finde ich etwas völlig Normales. Darum müssen wir uns wirklich kümmern. Yes. Absolut. Das ist eine Pflicht eigentlich, genauso wie man zum Wählen geht, oder? Ja, aber wenn man dann gewählt wurde, dann müsste man auch dem Volk, dann muss man nicht nur so tun, als ob man in der Demokratie regiert, sondern dann muss man das auch beweisen, indem man dem Volk zugesteht, bei einigen wichtigen Entscheidungen, eine Volksentscheidung mitzutragen. Das ist ein weites Thema. Ich weiß. Aber alles das, was Sie sagen... Wir haben doch aber die Grundrechte schon in unserer Verfassung stehen und können nicht daran gerüttelt werden. Also in grundsätzlichen Fragen haben wir ja unser wunderbares Gesetz. Aber bei Fragen wie wir zum Beispiel... Also ich würde ja sehr gerne die Zigaretten teurer machen. Wie in Amerika. Wie in New York. Ja, 8 Dollar die Packung. Wieso haben Sie aufgehört zu rauchen? Ich habe ja nur zwischendurch mal 6 Jahre aufgehört zu rauchen, wo ich mit Cosma schwanger war und dann 6 Jahre nicht geraucht. Und dann irgendwie wieder angefangen. Und bei Otis habe ich wieder aufgehört. Und dann auch wieder angefangen. Und dann habe ich bei einem Heilfasten mal aufgehört. Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen. Ah ja, hier. War das beim Heilfasten? Nee, das war... Da bin ich mal irgendwann aus Indien zurück gewesen. Meine Haare sind noch ganz kurz, weil ich die ganz oft abgeschert habe. Das ist auch eine ganz tolle Reinigung, eine innere Reinigung. Dass ich... Ich wollte alles Unechte und Unwahre und Künstliche, was mich vielleicht zurückhalten könnte. Das Unwahre und Künstliche hat... Das wollte ich spät, dass ich jetzt nur hier die Wimpern angeklebt habe, heute für die tolle Sendung, die immer aus dem Grab von Hildegard Knef rüber zu mir nach Charlottenburg. Ich finde, Sie sind die legitime Erbin in dieser Hinsicht von Hildegard Knef, wenn ich das mal sagen darf. Von Hildegard Knefs Wimpern. Ja, okay. Das Unechte und Unwahre, das hat Sie immer gestört. Das hat Sie dann irgendwann auch an der DDR gestört. Obwohl Sie alles waren, was zur DDR gehörte. Junge Pionierin, so ein richtiges braves DDR-Mädchen, bis zu dem Tag, als Ihre Mutter Wolf Biermann kennenlernte, glaube ich. Ich war so eine richtige tolle Rosa Luxemburg, war ich. Und dann änderte sich das aber, als Wolf Biermann auftauchte. Da, glaube ich, der sang Lieder gegen Ulbricht. Und das muss für Sie ganz merkwürdig gewesen sein. Ja, na, ich habe ja in der Schule gelernt, dass der Walter Ulbricht, der war ganz mutig und der ist in Nazi-Versammlungen gegangen. Klar. Und als Arbeitervertreter und hat dort für die Rechte der Arbeiter gekämpft. Und dann hat er später die bösen Nazis, die in Westdeutschland nicht angeklagt wurden, die in Westdeutschland weiter hohe Positionen besetzen durften, die hat er halt, da hat er da, hat uns den Frieden gebracht, sozusagen. Aber welche Art von Frieden, das war die Frage. Und da hatte Wolf Biermann eben bestimmte Fragen. Was hat der Ihnen über Ulbricht gesagt? Da hat, da müsste man ihn jetzt mal anrufen. Dann würde der Wolf auch nicht mehr aufhören zu sprechen. Ja, eben, deswegen rufen wir ihn lieber nicht an. Hier sind Sie bei der Jugendfeier. Da war es noch das brave DDR-Mädchen, oder? Nee, nee, Moment mal, ja. Da hatte ich zwar kurze Haare, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich brav bin. Okay, also da war die Erkenntnis schon da, dass da irgendwas faul ist im Staate? Ja, ja. Da war ich ja auch schon verliebt mit Thomas Fuhrmeister. Das war eine ganz großartige Liebe, war das nämlich mit Thomas Fuhrmeister. Und das ist eine Zeichnung, die Sie von Wolf Biermann gemacht haben. Haben Sie den bewundert? Ja, selbstverständlich. Klar, der ist sowas wie, wie, wie ein Guru für mich gewesen. Immer noch. Na, ich habe ja jetzt meinen Guru in Indien. Ich habe immer einen, und meinen Ehemann-Guru, also meinen wunderbaren Mann-Guru, und meinen Sohn-Guru. Und Wolf ist im Grunde genommen immer noch, ja, klar. Ja, ich meine, ich habe lange nicht ihn gehört im Konzert und weiß nicht so viel, was er macht, aber ich telefoniere ganz oft mit ihm. Und wenn wirklich wichtige Sachen zu besprechen sind, rufe ich Wolf an und will wissen, was er davon denkt. Und es interessiert mich einfach nicht, dass ich auf seinen Gedankenzug aufspringen will oder irgendwie was von ihm will. Aber es interessiert mich einfach, was dieser Mensch Wolf Biermann zu verschiedenen Dingen, und da ich seine private Telefonnummer habe, rufe ich öfters mal an. Ja, nur nicht jetzt, weil das würde wirklich zu lange dauern. Wenn ihr beide redet, das kann eine Weile dauern. Ja, und man muss ja auch Geduld haben heutzutage auch. Ihr erster Freund war Florian Hafermann. Nein, das war nicht mein erster Freund. War einer der Ersten. Jedenfalls schneiden Sie ihm hier ganz liebevoll die Haare. War einer der Letzten. Einer der Allerletzten. Der ist dann später, hat er seinen Vater groß verunglimpft. Den Regimekritiker. Robert Hafermann. Und dann ist er in die PDS eingetreten und wollte ein hohes Würdentier bei der PDS werden, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum ist er denn nicht? Du serst libre, libre. Das ist so toll, dass er irgendwas Großartiges machen will. Dann hat er irgendwelche Theaterstücke geschrieben und gesagt, die will er da aufführen, aufführen, aufführen. Soll man es zu seiner Mitte finden und sich mal... Das wollen im Augenblick viele zur Mitte finden. Keiner weiß, was das ist. Doch, ich weiß ganz genau, was das ist. Hier. Ja, exactly. Genau. Das ist die Zeit der ersten... Piep, piep, piep. Ja, genau. Das gab es damals noch nicht, aber SOS... Doch, das gab es damals sehr wohl. Aber nicht bei Ihnen. Natürlich bei mir. Ich war zwölf Jahre alt und habe mir vorne einen roten Punkt aufgemalt und bin durch Ost-Berlin gelaufen. Und dann haben die mich gefragt, du hast da was, kann ich das mal abmachen? Sag ich, nein, das ist mein roter Punkt. Ich bin mit Gott verheiratet, beziehungsweise das ist mein Parteiabzeichen, ich bin Genossin Göttin oder irgend so was. Wann haben Sie denn zum ersten Mal in der Bibel gelesen? Auch so mit neun, zehn, elf und mit elf habe ich auch Sedata gelesen und den ganzen Dostoyevsky elf, zwölf, dreizehn und Berthold Brecht habe ich ab neun, zehn Jahre auch ständig geguckt, nämlich im Berliner Ensemble, im weltbesten Berthold Brecht Theater, was in Ost-Berlin steht am Schiff Bauerdamm. Ich habe da jedes Stück tausendmal geguckt und habe Hilma Tate und Eckhardt Schall bewundert und das Lied, was der Goebbels singt in dem Theaterstück über Adolf Hitler, der Aufstieg und Fall des Arturo Uy, super tolle Lieder, das Lied von der Tünche. Ist wo etwas faul und rieselt's im Gemäuer, dann ist's nötig, dass man etwas tut. Da ist Tünche nötig, frische Tünche nötig, wenn der Saustall einfällt, ist's zu spät. Und der Hitler steht dann auch ganz selbstverliebt vorm Spiegel und macht ganz verschärfte Sachen und die Mutter und die Tage der Kommune. Das war dann, nachdem ich das Brecht-Stück gesehen habe, mein Lieblingsthema in Geschichte in der Schule, über die Pariser Kommune, 1871, 1872. Und immer wenn ich dann 1989, 90, wo ich mit Otis schwanger war, am Friedhof Père Lachaise vorbeigefahren bin, in Paris, hat's mir immer am Rücken weh getan. Und ich dachte, ich war bestimmt einer von den Kommunarden, den sie damals in einem früheren Leben dort an der Friedhofmauer zu Tode geschossen haben. Und ich bin auch einer der Künstler, einer der wenigen Künstler, also einer der einzigen Künstler, im Grunde genommen, die eine Dreherlaubnis bekommen haben, auf dem Friedhof Père Lachaise ein Video zu drehen. Und zwar war das ein Video, ein Song von Mama Mahalia Jackson, Gospel Queen. Und es war ein Song über, dass ich Gott bitte, mich niemals gehen zu lassen, was er sowieso nicht kann, weil seine, ihre Liebe... Also Sie haben ihn mal, Sie haben ihn ja mal gesehen. Das war ein ziemlich schmerzvolles Erlebnis, glaube ich, weil es verbunden war mit einem LSD-Trip. Ja, ja, LSD-Trip ist aber dasselbe wie Ahuaska, was die Ureinwohner im Regenwald, im Urwald nehmen, wenn sie auch mit dem großen Geist sich vereinen. Und diese Leute sterben dann auch. Das heißt, Sie sind gestorben? Ich bin gestorben und bin aus meinem Körper raus. Und ich habe meinen Körper unten liegen gesehen und ich war aber dieselbe, hatte quasi einen neuen Körper und da unten lag der Körper. Und da wollte ich aber auch nicht mehr hin. Und diese Phänomene, dass Leute so etwas erleben, ist gar nicht so selten, Herr von Gero. Nee, nee, natürlich. Wahrscheinlich steht das auch hier drin. Yes, die hat das auch ständig. Und die wird sogar von UFOs entführt und wieder... Das war übrigens diese Zeit, glaube ich. Da waren Sie 19, als wir den lieben Gott gesehen haben. Nein, hier war ich nicht 19, hier war ich in Sangerhausen und da war ich 12. Ich sehe schon aus wie 42 hier drauf. Na, nicht ganz 42. Na doch, etwas... Eben wie 19. Und hier hat sich mir das Bein gebrochen mit 12, da habe ich Gott gelästert, weil ich wollte Gott testen. Und bin gleich... Ah, ich habe so gelästert. Und ich habe die schlimmsten, dämonischsten Sachen gesagt, dass meine Tante Muschel fast daran, das Herz ausgesetzt wurde, gewesen ist, der Herzschlag. Und da bin ich am nächsten Morgen um 7.30 Uhr beim Sportunterricht vom Stufenbaren dann so unglücklich umgeknickt, dass ich ohnmächtig ins Krankenhaus Sangerhausen eingeliefert wurde und dann acht Wochen Zeit hatte, darüber nachzudenken, über die Existenz Gottes. Ob mit dem lieben Gott oder ohne, wir haben über die Tünche gesprochen und irgendwann hielt die nicht mehr. Sie wollten einfach raus aus dem Mief der DDR. Das wollte ich gerne. Und Sie sind nach Polen gegangen? Yes, das war toll. Ganz allein. Ja. Ganz ich, ganz allein. Und haben dort Musik gemacht. In einer Band. Und ich konnte das machen, weil irgendwie vor ein paar Wochen habe ich einen Ausweis verloren. Meinen Ausweis verloren. Gehe zur Polizei und sage, ich brauche einen neuen Ausweis. Und die sagen, ja, das dauert jetzt acht, neun Wochen und dann können Sie sich einen neuen Ausweis. Aber dann irgendwann eines Tages liege ich zufällig auf dem Fußboden und mein Ausweis liegt unterm Schrank. Ach, da ist er ja. Duft, dann kann ich ja abhauen. Weil wenn man mit einem Ausweis nach Polen, dann könnte man im Grunde genommen sagen, man ist im Westen und keiner weiß, dass man in Polen ist. Und genau so habe ich das gemacht. Ja, ja, aber Sie sind da nochmal zurückgekommen, bevor Sie endgültig in den Westen gegangen sind. Ich musste irgendwie wieder zurück. Wahrscheinlich. Da, wo ich wieder aus Polen zurück war. Ja, ja, kann schon sein. Denn am Nikolaustag 1976 haben Sie dann die DDR endgültig verlassen. Am 12. Dezember, was haben wir denn? 76. Ja, genau. Können Sie sich an diesen Tag erinnern? Aber ist nämlich Nikolaus am 6. Dezember? Ja, aber ich habe gehört, es war am 6. Dezember, ist das ausgestellt worden. Und ein paar Tage später sind Sie gegangen. Man muss ja auch noch packen. Wie war das? Wie sind Sie da rübergegangen? Mit welchen Gefühlen? Ich war voll happy, dass ich jetzt gehen konnte und auch sehr sentimental und voll erleuchtet und sowieso von vornherein. Und was war anders im Westen dann? Ich meine, Sie kannten den Westen, Sie waren ja da gewesen. Das ist so eine schöne Zeichenkrise, die Sie gemacht haben. Ich war nicht im Westen gewesen. Das war das erste Mal, dass ich im Westen gewesen bin dann. Wirklich das erste Mal? Ja, na selbstverständlich. Sie waren nicht früher mal irgendwie mit einem Passierschein in West-Berlin gewesen? Hätte ich das gewesen, wäre ich gleich da geblieben. Als Tochter von Eva-Maria Hagen dachte ich, wäre sowas gegangen. Oh nein, im Gegenteil, überhaupt nicht. Wir... Das war wirklich das erste Mal. Ich wollte immer gerne mit irgendeiner Band, die die Erlaubnis hatten drüben, bei der Gewerkschaft oder bei der kommunistischen Partei, DKP zu Weihnachtsbetriebsfesten oder so. Aber Sie standen nicht auf der Liste derjenigen, die das machen durften. Nein, eben leider nicht. Sie haben sich mit den Jungs verdorben. Ja, und ich habe auch immer gesagt, warum lasst ihr uns nicht fahren, so wie die Gisela May und so. Wir sind auch Weltstars, wir wollen auch rein und raus und die DDR im Ausland auch vertreten. Hätten wir ja alles prima machen können. Aber worum ging es denn der DDR? Die wollten doch nur, im Grunde genommen, denselben Luxus wie ihr im Westen haben. Sie haben sich bei Egon Krenz zum Beispiel sehr unbeliebt gemacht. Kein, wie sagt man, das war doch nicht schwer. Bei der alten Schleimtüte. Was war das für die Geschichte? Ach, sie stand doch Heuchler schon auf der Stirn tätowiert. Es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob ich das als Fischastrologie, Fischmensch, dass ich da der Einzige bin, der sowas spürt, riecht, merkt. Nein, aber ich bitte darum, dass die anderen Sternzeichen das gefälligst auch spüren. Und mit ein bisschen Menschenkenntnis weiß man doch, ob jemand rumheuchelt oder ob ein Politiker ernst zu nehmen ist oder ob er nur irgendwie wie so ein Halbtoter da Phrasen herdrischt. Auch so mancher Pfarrer spricht schon wen. Dann wollten die sie loswerden. Dann waren sie froh, dass sie weg waren im Grunde. Aber ich wollte sie doch noch fragen. Nein, die haben noch ganz viel versucht. Die haben mir noch in mein eigenes Haus versprochen, meine eigene TV-Show. Ah ja? Und, ja, ja. Aber ich hatte die Schnauze dermaßen voll. Ich wollte nicht mehr hin und her. Und ich wollte jetzt endlich rauf. Und der erste Eindruck vom Westen? Der erste Eindruck vom Westen? Oh, voll das Medieninteresse. Die Bild-Zeitung klopfte an Emma Biermanns Tür. Und Emma, das war die Mutter von Wolf Biermann. Oh mein Gott. Und die hat die gut angeraunzt. Und dann bin ich erst mal mit Wolf Biermann nach Italien. Er hatte dort ein Konzert für die Kommunistische Partei Italiens. Und das war total interessant. Damals war ich noch kein Vegetarier und habe ein dickes, fettes Florentiner-Steak gegessen. Und dachte, wow, die Italiener, die machen ja tolles Essen. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann kam die Nina Hagen Band. Ja, aber vorher war ich noch in London und habe die Punk-Revolution miterlebt. Weil das war die erste Berührung mit dem Punk. Ich meine, Sie hatten davon gehört und fühlten sich vielleicht schon so. Aber das war so das erste Mal Punk zum Anfassen für Sie. Ja, nee, aber ich meine, wo ich früher jünger war, wo ich elf oder zehn, neun Jahre alt war, da waren die Rolling Stones da, da war ja auch schon Punk. Ich meine, das war ja mein Gott, das war ja überhaupt, oh Gott, was ganz Schlimmes. Und dann war Roxy Music, das war Pre-Punk sozusagen. Brian Ferry. Brian Ferry und Patti Smith und ja, auf jeden Fall war das eine Revolution, zu sehen, wie junge Leute ihre eigene Kabarett-Szene, ihre eigene Musik, ihr eigenes Bereich erobern. Das war alles möglich. Yes, es ist auch alles möglich und wird auch immer möglich sein für einen Künstler, sich nicht zu verbiegen und verbrechen zu lassen. Und sein Leben zu leben. Und sein schönes Leben zu leben und den anderen auch zu dienen. Letterweise. Wo leben Sie jetzt? Ich lebe in meiner Mitte und in der Liebe, in der Luft, in der Natur, in der Stadt, im Wald. Ich mache gerne auch interpretative Tänze im Wald. Dann sehen mich aber meistens nur die Elfen, weil da ist dann immer keine Kamera dabei, so wie bei Aussie Osborne und seiner Familie. Aber mein Freund, der in Kopenhagen wohnt, wir waren jetzt ganz lange unterwegs, den ganzen Sommer und so, und haben auch ganz viel gefilmt. Und irgendwann dachten wir, es ist vielleicht mal an der Zeit, der Welt zu zeigen, wie das so aussehen tut, wenn Nina Hagen unterwegs ist und Konzerte macht. Hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Straße, im Supermarkt, zu Hause, am Waschbecken. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst davor, Angst habe ich überhaupt nicht, aber Angst habe ich nicht. Ich bin unheimlich guten Mutes, dass die Menschen sich noch wundern werden, was es alles zu entdecken gibt und was es alles zu besprechen gibt. Denn unsere Welt ist so mit dem ganzen riesenhaften Fernsehbereich, ist so eindimensional auf ganz merkwürdige Sachen geeicht. Und so interessante Sachen kommen so wahnsinnig wenig zur Sprache, dass es schon fast traurig ist. Aber Angst habe ich vor nichts. Ich weiß, dass es irgendwann sehr hart und dick gekommen wird, mit dem großen Knall, mit der großen Sache, die wir uns selbst eingebrockt haben. Mit den ganzen Atomraketen, die unter dem Wasser da vor sich her rosten, wo sich keiner traut, die unschädlich zu machen, weil sie ja dann gleich explodieren könnten und keiner mehr weiß, wie die überhaupt unschädlich da abgeschaltet werden können. Und der tote Lenin im Mausoleum ist ja noch das geringere Übel, obwohl wir wirklich in einem spirituellen Kindergarten uns aufhalten, wo so viele Sachen schon so klar sind und die Menschen immer noch so tun, als ob es die nicht gibt und die nicht mal für würdig empfinden, die mal anzudenken oder mal zu lesen wenigstens oder zu sprechen. Als Ihre Tochter Cosma hier saß, hat sie gesagt, ich habe eigentlich vor nichts Angst, vielleicht Höhenangst. Das kann ja zwei Dinge bedeuten, ja, einmal wirklich vom Hochhaus runter zu gucken und andererseits die Angst vielleicht irgendwann abzuheben. Ach, wissen Sie, wenn ein Mensch spricht, dann muss man nicht immer alles so tief für die Ewigkeit interpretieren. Außerdem bin ich total, ja, ich habe meine Kinder loslassen können. Ich war, ich habe die bemuttert bis zum Gehtnichtmehr und auch wenn Sie Cosma in Ihrer Sendung damals gefragt haben, ja, wie waren da so ständig auf Tournee, da war überhaupt nicht ständig Tournee. Das war einmal im Jahr Tournee in den Sommermonaten und da war das Kind meistens dabei. Er war einmal nicht dabei. Das war auch nur für ein paar Wochen, weil die Schule da irgendwie weiterging. Und ansonsten hat sie in ihrem Leben ganz viel Liebe und ganz tolle Familiensituationen kennengelernt und so weiter und so fort. Und ich werde immer so dargestellt als Freak und als schlechte Mutter und so. Und ich meine, mir ist das nicht leicht gefallen, wo meine Tochter gesagt hat, die möchte jetzt bitte schön in ihren Internat gehen und will nicht mit mir und mit Otis zurück nach Amerika. Das ist mir nicht leicht gefallen, aber für mich ist das wichtig, was gut für das Kind ist und nicht was gut für mich ist. Und also musste ich die Cosma loslassen, schon ziemlich früh. Aber dafür habe ich ja jetzt immer mehr von ihr, immer mehr, immer mehr. Also jeden Film, den ich mit ihr sehe oder jedes Mal, wenn wir uns privat treffen können oder ich auf ihre Veranstaltungen gehe. Denn die Cosma macht so tolle Veranstaltungen für die jungen Menschen dieser Welt. Da kann sich der Fritz Rau, der kann sich jetzt schon zur Ruhe begeben und wiedersehen. Nein, der wird es bestimmt nicht schaffen, da mal hinzukommen. Und die ganzen alten Leute, die sind leider so ignorant, die verstehen überhaupt nicht, was sie an uns Frauen in diesem Land haben. In diesem Land werden diese Männer immer so dermaßen hoch, hoffiert und Westernhagen und boah und jetzt kommen die Frauen mal langsamer. Sie sind doch nicht etwa eifersüchtig auf Herrn Westernhagen. Nein, ich bin nicht eifersüchtig auf Herrn Westernhagen. Ich finde ihn nur irgendwie saulangweilig und sein Frosch im Hals kotzt mich an. Tausend Dank. Oh. Für alles. Du bist willkommen. Gut. Du bist willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020